Zum Anlass genommen gleich drei Spieler der Nummer 22. Auch die Jugoslawen haben zwei Spieler aus. Stepkovic, Stepanovic. Die Jugoslawen sind allerdings auch bei zwei Schüssen von Belé. Wir sind in Zübberhaskat von Belé. Und dann sage ich, was haben Sie hier die 160.000, die Jugoslawen mussten. Und dann etwa drei bis vier Meter pro seiner Linie. Nachfahrt, wunderschön gemacht. Nachfahrt, wunderschön gemacht. Ein ehrliches Tor. Torschütze Jakovic. Timovic. Jakovic ist nach Ball gewesen, der Torschütze hat. Jakovic. Torschütze Untertitelung des ZDF für funk, 2017